Lassen Sie mich zur Vision noch zwei Gedanken sagen. Erstens, das ist Ihr Energiepotenzial. Und ein Mensch, der keine Vision hat, der immer nur reagiert, der vergeudet furchtbar viel Energie, mal in die Richtung, mal in die, mal in die, mal in die. Das sind auch die Leute mit furchtbaren Zeitproblemen. Das sind die Leute, die am Arbeitstagsende völlig geschafft sind, nicht viel geschaffen haben. Und wenn Sie, das ist wieder Ihr Energiepotenzial, wenn Sie ein Ziel haben, Neudeutsch Mission, das heißt also eine klare Vorstellung, und eine Vorstellung ist etwas, was Sie vor Ihre geistigen Sinnesorgane stellen, um es zu betrachten oder zu hören oder was, dann richten sich alle Ihre Energien wie magisch, das ist reine Magie, richten sich auf, aus, auf dieses Ziel. Wenn Sie das tun, dann haben Sie diesen Resonanzlaser-Effekt, über den ich gestern gesprochen habe. Das heißt, Sie brauchen viel weniger Energie für die eigentlichen Tätigkeiten. Sie generieren Energie mit Leuten, mit denen Sie zu tun haben. Und Sie hören und sehen aus den Augenwinkeln und aus den Ohrenwinkeln Dinge, die der Frosch, der Quark nie wahrnehmen kann. Wir sprachen gestern kurz 5 mm bewusste Wahrnehmung, 11 km unbewusste. Sie entscheiden durch Ihre Ausrichtung auf Ziele und durch Ihre Ausrichtung, durch Ihre Einstellung, wenn Sie erwarten, nur Idioten zu begegnen, dann picken Sie sich in die 5 mm Bewusstsein lauter Idioten hinein. Weil Sie in den 11 km den Rest drin haben, von dem Sie behaupten, ist nicht da. Also das ist ein phänomenaler, kraftsparender Effekt. Und wenn Sie das machen und laufen dann auf Ihr Ziel zu, darum haben ja die Amis, die Erfolgsleute, seit Jahrzehnten gesagt, ein klar definiertes Ziel ist der halbe Weg dahin. Ist doch logisch. Das ist wie Rückenwind und Sonnenschein. Und wenn wir so ein Ziel haben, schaffen wir auch Schwierigkeiten. Es braucht nur etwas Magie und dann wird deine Vision wahr. Was wäre, wenn wir uns da mitgeben möchten und wie wir das in die Realität übertragen? Alexander Müller ist heute mein Gast, der CEO von Greator. Und lieber Alex, du hast dich in deinem aktuellen Buch genau mit dem Thema befasst. Nämlich davor erzählst du von einer riesengroßen Krise. Also es war eigentlich fast schon das Ende von Greator. Und du hast aber dann den Weg oder ihr habt den Weg rausgefunden mit Visionen. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Servus, mein Lieber. Dankeschön für die Einladung, André. Also du stehst dann da. Ich stelle mir das so vor, du stehst dann da. Es ist die Covid-Krise, dein Unternehmen, das du mit eigener Hände Arbeit groß aufgebaut hast, natürlich mit Stefan zusammen. Er war der kreative Kopf dahinter. Aber am Ende warst du der, der das groß gemacht hat im Geschäftlichen. Und du stehst dann da und es ist kurz vor Ende. Und es scheint kurz vor Ende zu sein. Du musst auch noch dich von einem großen Teil deiner Mitarbeiter verabschieden. Und was passiert dann? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr verdichtete, sozusagen sehr verdichteten Ausschnitt, den man da hat. Ich bin dann selbstpersönlich irgendwann tatsächlich an so eine, an so eine auch für mich Grenze gekommen. Sogar weiter darüber hinaus, als ich gedacht hatte, dass meine Grenze ist. Und habe jetzt endlich lange dagegen angekämpft, diese Firma zu retten. Und es gab dann für mich tatsächlich einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich glaube, ich packe das nicht. Wir packen das nicht. Und es war für mich ein ganz schwieriger Moment, weil, wenn du mich gefragt hättest, was ist so mit der schlimmen Dinge, die dir im Leben passieren können, dann kommt so als allererstes, naja, wenn meinen Kindern was passiert, dann kommt aber schon sehr, sehr schnell, dass ich sozusagen als Unternehmer, das Unternehmen, was ich führe, nicht scheitert im Sinne von, dass wir Fehler machen und auch mal Projekte scheitern, sondern, dass ich als Unternehmer scheitere. Das ist so mein absoluter Worst Case gewesen. So das Schlimmste, vielleicht neben dem, dass den Liebsten um mir was passiert, was mir persönlich passieren könnte. Und an diesem Punkt war ich plötzlich, dass ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr aufhalten. Ich habe alles probiert. Ich habe alle Energie, Kraft, immer wieder mich aufgerafft. Aber ich habe die Lösung anscheinend jetzt nicht. Und das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess. Ich habe mich da auch über Monate lang sozusagen coachen lassen, weil ich gespürt habe, bei den nächsten Monaten, das ist gerade schon sehr herausfordernd, was hier passiert, wo wir so durch müssen. Und es gab so diesen Moment, wo ich das akzeptiert habe, wo ich dann wirklich auch zum Hörer gegriffen habe und einen Insolvenzanwalt angerufen habe. Also ich habe nicht Insolvenz angemeldet, sondern ich habe einen Anwalt angerufen, der alles vorbereiten soll, um dann ein paar Tage später Insolvenz anmelden zu können. Weil auch bei der Insolvenz, wenn man da einigermaßen alles richtig machen möchte, als Geschäftsführer, Unternehmer, sollte man da auch vorbereitet sein und sich mit Experten darauf vorbereiten. Und das habe ich letztendlich gemacht. Allein dieser Schritt, diesen Menschen anzurufen, war für mich eine Riesenüberwindung. Aber als er dann passiert ist, hat sich was ganz Spannendes eingestellt. Letztendlich habe ich das erste Mal wirklich gedacht, dann ist es halt so. Dann ist das jetzt so. Es lässt sich nicht aufhalten. Dann bin ich als Grundsatz total gescheitert. Dann ist das jetzt so. Ist das genau das, was du sagst? Das war die totale Annahme von dem, was ich... Ist das, ist das, ist, ist, du beschreibst in deinem Buch auch männliche, weibliche Energie. Ist das dieses weibliche Annehmen? Voll, das ist voll weibliche Energie. Einfach sich hingeben, loslassen, nichts mehr kontrollieren wollen, nichts mehr verhindern wollen, nicht kämpfen, sondern einfach nur geschäden lassen. Wie Dieter Lange es wahrscheinlich in so einer Metapher schön beschreibt, du bist in einem Fluss und du hast eine Strömung, das ist ein Strudel und es gibt Leute, die kämpfen dann gegen den Strudel an und sind irgendwann so erschöpft und gehen unter und ertrinken. Oder, und das ist sozusagen so eine Binsenweisheit, du springst in den Strudel, lässt dich sozusagen vom Strudel runterziehen und ertrinkst nicht, sondern irgendwo gibt es immer ein Ende eines Strudels und dann bist du wieder hochgespült. Aber das geht nur, wenn du dich dem Strudel sozusagen völlig hingibst. Und das habe ich getan. Und es dann passiert, es war spannend, es war eine Riesenerleichterung. Es war nicht das Ende der Welt, sondern es war der Anfang von irgendetwas. Also ich habe richtig eine Erleichterung gespürt. Eine Erleichterung, die ich wahrscheinlich eineinhalb Jahre in dieser Form nicht mehr hatte. Ich habe gespürt, dass wieder eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Kreativität, also Erleichterung heißt auch wieder, du hast den Kopf erstmalig wieder freier gehabt als vorher. Und ich war wieder kreativ. Ich habe ihn gerade genannt, Dieter Lange, den ich auch seit vielen Jahren kenne und sehr schätze, von dem habe ich mich dann in dieser Phase tatsächlich coachen lassen. Und er hat mir halt gefragt, was möchtest du denn eigentlich? Und da war ich erst einmal wieder in der Lage, überhaupt diese Frage mir ernsthaft zu stellen, aber da vor allem auch eine kreative Antwort darauf zu geben, was möchte ich denn überhaupt? Ich war überhaupt wieder offen, mir die großen Fragen des Lebens sozusagen zu stellen. Und am Ende des Tages, long story short, war das der Wendepunkt und daraus ist dann das alte, neue Grater entstanden. Wir haben dann einen Neustart hingelegt, man hat das von außen, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil wir erst mal das, was wir gemacht haben, altes Gehen weiter gemacht haben, aber im Inneren hat sich bei uns ein sehr großer Transformationsprozess in Gang gesetzt. Wir haben uns stark verkleinert, wir haben die Dinge, wie wir sie gemacht haben, weil wir halt ein viel kleineres Team waren, wieder anders machen müssen, wieder pragmatischer machen müssen, haben uns wieder in vielerlei Hinsicht zu unseren Wurzeln zurück besonnen. Das ist auch das, was da rausgekommen ist. Ich wollte wieder die Dinge so machen wie früher, mit einem alten Spirit, mit einem kleineren Team. Ich persönlich wollte wieder näher dran sein an vielen Themen und das hat letztendlich bei uns eine Energie freigesetzt und Momentum freigesetzt. Das ist jetzt über zwei Jahre her, von der Situation, von der ich spreche. Und das war für uns im Nachhinein ein riesen Befreiungsschlag, eben im Nachhinein genau richtig, wie es dann vor zwei Jahren passiert ist, weil wir seitdem wieder auf allen Ebenen sozusagen gesundet sind. Wir haben dann, muss ich an der Stelle noch sagen, wir haben nicht Insolvenz anmelden müssen, sondern wir haben die Kurve bekommen. Jetzt zu dem Thema, was Ralf Birkenbiel angesprochen hat, Stichwort Vision. Wie bist du an deine neue Vision rangekommen? Du sprichst immer über Meditieren, über deine Morgenmeditation, also zum Teil klingt das schon fast nach Manifestieren, wie du das beschreibst. Und wie würdest du diesen, also wenn wir jetzt Zuschauer haben zu Hause oder Zuhörer, die jetzt sagen, ja, sie möchten auch, sie stecken auch gerade in der Krise und sie würden auch gerne diese neuen Erfolge feiern und sie haben jetzt keine Liederlange um die Ecke. Wie sollen sie in der Meditationssitzung für sich da hinfinden, um vielleicht eben in diesen Zeiten, wo es nicht so einfach ist, neue Gedanken zu fassen, dann vielleicht doch wieder welche zu finden? Ja, das ist natürlich eine große Frage. Wie kommen wir aus der Krise raus? Und ich kann jetzt natürlich ein paar Kalendersprüche raushauen oder wir gehen ein bisschen tiefer rein und ich versuche mal so ein bisschen so mein vielleicht Konstrukt oder mein Konzept zu erklären. Nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit, gerne. Was ich am Ende des Tages, also ich habe viele, viele Mentoren gehabt auf meinem Weg die letzten über 20 Jahre von Tony Robbins, aber auch Joe Dispencer, Robert Betz habe ich jahrelang begleiten dürfen, was mich sehr viel weitergebracht hat und Byron Katie, Dieter Lange, jetzt die letzten Jahre von der Wegbegleiter mit Christian Walter-Hommelsheim, mit dem wir heute eng zusammenarbeiten, mit dem ich sehr viel gemeinsam gemacht habe, erlebt habe, auf Seminaren etc. Und daraus ist bei mir so ein Toolset zustande gekommen, was dann auch in dem Buch sozusagen in verschiedenen Kapiteln, sage ich mal, erläutert wird. Und ich glaube, wenn du mich fragst, was holt mich aus so einer Krise raus? Ich will erst mal anfangen bei dem Modell des Lebensrates. Ich glaube, erst einmal ist es wichtig zu verstehen, also was könnte jetzt eine Krise rein? Das eine ist sozusagen die Sintenkrise, das andere ist eine Krise im Gesundheitsbereich, das andere ist die Krise, vielleicht ein Bankkonto, emotional, Ängste, gesundheitlich, die Ehekrise, die Partnerin, die wegrennt oder, also es gibt ja völlig unterschiedlichste Krisen, den Job, den ich verliere. Ihr könnt ja Fallbeispielen, ihr könnt ja meins nehmen, ihr könnt ja sagen, jetzt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt die Aufgabe, in Anführungszeichen, jetzt habe ich dir ja vor unserer Aufzeichnung gesagt, ich habe jetzt einen tollen Kanal, der da Millionen an Aufrufen hat und der ist aber größtenteils für Birkenbiel. Wie schaffe ich jetzt den Weg dahin, das ist meine Frage, mit der ich in diese Visionssuche reingehe, dass ich Menschen dafür begeisterte, dass sie wegen Birkenbiel kommen und wegen mir bleiben? Aber das ist ja noch keine Krise, ne? Das ist ja noch keine Krise. Naja, die Krise ist natürlich dann, da einen Beruf draus zu machen. Ja, aber ich würde sagen, es ist auch vielleicht noch keine Krise, zumindest habe ich es bisher nicht so verstanden. Nee, alles gut, aber ich sage jetzt, das wäre eine, wenn wir auf Visionssuche gehen, das wäre es eigentlich, ich würde tatsächlich ganz kurz nochmal ganz kurz bei der Krise anfangen beziehungsweise der Lebensrate und dann kommt ja dann automatisch läuft das Thema Vision. Ich glaube, erst einmal sich zu vergegenwärtigen, wo möchte ich denn, und das hast du jetzt schon sozusagen für dich beantwortet, viele können ja gar nicht unbedingt benennen, wo gibt es denn so einen Bereich, wo ich gerne Vision hätte? Und ich fange gerne bei dem Lebensrad an sozusagen, man muss sich vorstellen, das Leben ist wie so ein Rad und bestenfalls sozusagen läuft es rund, wenn man sich das Rad vorstellt und schaut, welche Lebensbereiche hat denn so das Leben, was am Ende das Leben ausmacht. Kannst du dann gerne einblenden auch. Übungen, Finanzen, die Beziehung zu mir selbst, Spiritualität, Gesundheit, Ernährung. Also wenn man sich sozusagen die einzelnen Lebensbereiche mal als Rad vorstellt, dann ist es meiner Erfahrung nach wichtig, dass dieses Rad möglichst rund ist, in dem jedes dieser Lebensbereiche eine gewisse Qualität hat. Und mit Qualität meine ich ganz genau, meine ich genauso, wie ich sage, es geht nicht darum, jetzt überall Riesen, also jetzt zum Beispiel zum Thema Finanzen, es geht nicht darum, super viel Vermögen zu haben, wenn dir das nicht wichtig ist oder wenn du so keine Qualität sozusagen definierst, sondern zum Beispiel zum Thema Geld eine gesunde Beziehung zu haben, in Fülle zu leben, genug Geld zu haben für die Dinge, die einem wichtig sind, sich die leisten zu können. Also zum Thema Gesundheit, einfach für sich zu sagen, ich bin in einem gesunden Körper, ich habe eine gewisse Vitalität, ich habe eine gewisse Fitness, ich fühle mich wohl in meinem Körper, auch ästhetisch sozusagen, Beziehung, ich habe einen Lebenspartner, ich glaube, dass es wichtig ist, einen Lebenspartner zu haben, was nicht heißt, dass man als Single nicht glücklich sein kann, natürlich geht das, aber ich glaube schon, dass es langfristig erstrebenswert ist, einen Lebenspartner zu haben, intakte Beziehungen zu seiner Familie, sozusagen seiner Herkunftsfamilie, wenn vielleicht keine intakte Beziehung möglich ist, weil die verstorben sind, weil vielleicht man sich auch entschieden hat, man möchte keinen Kontakt mehr, dass man trotzdem eine befriedete Beziehung hat, man kann auch eine befriedete Beziehung, eine gute Beziehung sozusagen zu Menschen haben, die nicht mehr da sind oder zu denen man keinen Kontakt hat. Nicht mehr da sind, meinst du tot oder die weg sind als Beziehung? Beides, beides. Es geht da sozusagen um die emotionale Beziehung zu diesen Menschen, selbst wenn jemand verstorben ist, kann ich zudem ein unbefriedetes Erlebnis haben, mein Vater ist verstorben und ich bin böse auf ihn, weil er hat irgendwie eine schlechte Kindheit beschert, dann würde ich sagen, sozusagen ist das noch keine befriedete Beziehung oder hat man sozusagen Frieden gemacht zu der Beziehung zu seinem schon verstorbenen Vater als Beispiel. Das Honobono-Bono-Ritual wäre mir da eingefallen in dem Zusammenhang, dieses Verzeihen, also please forgive me, I'm sorry, I love you. Das ist ein tolles Mittel. Thank you, thank you kommt noch. Genau, thank you, please forgive me, I love you, please forgive me und das dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Genau. Jedenfalls glaube ich, dass es gesund ist, in allen Lebensbereichen eine gewisse Grundqualität zu haben. Im jungen Alter ist es häufig noch so, dass wir da völlig unbewusst sind, dass wir einfach durchs Leben rauschen und gewisse Bereiche sind vielleicht besonders gut, andere Bereiche haben wir vernachlässigt. Auf Dauer, umso älter wir werden, umso mehr sozusagen, sorgen dann einzelne Lebensbereiche, wo wir Krisen erzeugen, dafür, dass das ganze Leben häufig sozusagen eine gewisse Unbalance kommt oder sich die Bereiche gegenseitig anstecken. Wenn ich selbst nicht mehr gesund bin, wenn ich nicht energetisch bin, kann sich das nachher auf alle Lebensbereiche sozusagen auswirken. Oder wenn ich nicht in der Lage bin, gute Beziehungen zu führen, kein privates Gleichgewicht habe, kann ich noch so erfolgreich im Beruf sein. Das holt mich auf Dauer irgendwann ein, weil ich dann so gesundheitliche Herausforderungen habe, weil ich emotional nicht mehr so stark bin und das wird sich dann auch sozusagen beruflich irgendwann auswirken und so weiter. Und wenn es um das Thema Visionen geht, glaube ich, ist es A, schon mal gut, sich bewusst zu machen, wo ist denn so ein Lebensbereich, an dem ich sozusagen arbeiten möchte, wo ich sage, da darf es ein bisschen mehr sein. Wenn du jetzt sagst, das ist das Thema Berufung bei mir, das ist das Thema Business bei mir, ich habe da jetzt einen Kanal geschaffen, ich möchte aber, dass der sozusagen aufs nächste Level kommt. Also von den Zahlen her müsste ich mindestens Millionär sein, von den Reichweitenzahlen. Und wie gesagt, der Weg dahin ist noch groß, sage ich immer so, mehrere Nullen groß. Das heißt, du hast wirtschaftliche Ziele, du hast aber vielleicht auch schon gesagt, du möchtest persönlich noch mehr in den Vordergrund erscheinen, nicht nur Sender von Vera Birkenbiel sein, sondern deine Persönlichkeit darf noch mehr in den Vordergrund kommen und so weiter. Und was jetzt eine Übung wäre, die ich einfach dir empfehlen kann, die ich jedem empfehlen kann, für den einzelnen Lebenbereich zu fragen und sie einfach nur mal die Erlaubnis zu geben, zu fragen, was wäre denn das aller, aller Größte, was passieren könnte, was wäre die größte Qualität, die ich mir vorstellen kann, die in diesem Bereich existieren könnte, entstehen könnte. Wie möchtest du diesen Bereich leben? Was ist da dein allergrößter, verrücktester Wunsch? Sondersendung mit Oprah Winfrey? Ja. Wunderbar. Und allein das mal aufzuschreiben. Ich glaube es mir nicht. Das kommt jetzt wieder, ich kann mir das ja gar nicht glauben. Die interessiert sich ja nicht für mich. Wunderbar. Und jetzt kommt direkt gegangen. Und alle aufschreiben, alle aufschreiben. Das ist nämlich deine Realität gerade. Das ist deine Realität, die du dir erschaffst. Die will mich gar nicht, die kennt mich gar nicht und so weiter. Und dann wird es noch andere. Ich bin gar nicht gut genug, was bilde ich mir ein? Warum gerade ich? Guck mal, wie unzulänglich ich bin. Jetzt könntest du wahrscheinlich eine lange Liste machen an Dingen, die du nicht an der magst, die dazu führen, dass Oprah Winfrey dich blöd findet. Ich verkürze das jetzt natürlich. Ja, so dramatisch ist es nicht. Ich habe schon an mir gearbeitet. Ein paar Dinge traue ich mir schon zu. Also wir kommen da bei allen Lebensbereichen. Da brauchst du dich gar nicht zu rechtfertigen. Ja, ja, alles gut. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, bei mir kommt da so viel Mist hoch an Glaubenssätzen, von denen ich selbst weiß, eigentlich sind sie ja nicht wahr. Ich weiß es ja besser. Ich habe ja schon ganz viel gemacht. Ich habe ja schon ganz viel an mir gearbeitet. Ich habe schon ganz viel... Wenn du Byron Katie sagst, das ist ja die Missglaubenssatz-Zerstörerin. Ja, aber gleichzeitig weiß ich persönlich, das ist dennoch da bei mir in irgendeiner Form. Mal stärker, mal schwächer. Und teilweise sind das auch schwache Glaubenssätze. Sie sind aber noch da. Sie beeinflussen oder lassen meine Realität mit erschaffen. Und allein diesen Prozess sich aufzuschreiben und zu erlauben, groß zu denken, ohne Tabu... Big Audacious... Wie war das? Big Audacious... Irgendwas mit Goals. Big Harry Audacious Goal. Das große, haarige, verwegene Ziel. Genau, Harry. Und gleichzeitig sich gerne noch damit zu beschäftigen, was steht mir gerade im Weg. Und das sind genau diese Glaubenssätze. Das sind die Emotionen. Das sind dieser... Boah, ich spüre jetzt Druck. Boah, so ein großes Ziel. Das macht Druck. Und das ist alles wunderbar. Und mir geht es gar nicht darum, dass du dir jetzt am Ende des Tages diese Vision setzt. Da sind wir gerade noch erst mal zwei, drei Schritte weit von weg. Mir geht es einfach nur um diesen Prozess. Sich erst einmal erlauben, das Fenster ein bisschen aufzumachen. Sich ein bisschen auszuweiten, weil nur dann kann deine Kreativität überhaupt entstehen, zu überlegen, okay, warum gesponnen? Also Barack Obama war meine Oprah Winfrey. Und das war damals, da haben wir die größte Veranstaltung gehabt. Damals mit 2.000 Mann oder 1.000 Mann, glaube ich, sogar null. Wir waren 20 Mitarbeiter. Wir haben nicht viel Umsatz gemacht, zumindest nicht im Verhältnis zu heute. Wir hatten, ja, deutsche Top-Speaker aus der Speaker-Szene hatten wir auf der Bühne, aber keinen internationalen, gar keinen. Also nicht so, dass wir schon die ganze B-Kategorie international hatten und jetzt nach Barack Obama gegriffen haben, sondern wir hatten noch nie einen internationalen Gast. Dann haben wir die Frage gestellt, wer ist denn unser größter Speaker? Und da kam halt Obama und da kamen ganz viele Glaubenssätze, das geht nicht, was bildest du dir ein, es entstand Druck und so weiter. Neben aber auch positiven Gefühlen, wie, das wäre schon mega, das wäre verrückt, das wäre unglaublich. Was würde das für Energie freisetzen, für Möglichkeiten freisetzen, wie begeistert wären wir von dieser Idee dazu verfolgen? Es war eine Mischung aus beidem und ja, Ende der Geschichte war dann eineinhalb Jahre, wahrscheinlich über ein Jahr später, war er da und er konnte nur kommen, weil wir uns diese Frage gestellt haben und uns erlaubt haben, ohne Beschränkung zu denken im ersten Moment. Der Weg dorthin, dieser über ein Jahr, war dann geprägt von ganz vielen Höhen, von ganz vielen Tiefen. Wir haben zwischenzeitlich die Vision gehen lassen, weil sie nur noch unangenehm war und ganz viele Widerstände ausgelöst hat und anstrengend war. Da habe ich gesagt, boah, halt, stopp, wir verfolgen diese Vision nicht. Die fühlt sich gerade nicht mehr gut an, nicht mehr stimmig an. Ein paar Monate später war der richtige Zeitpunkt, sie wieder zu beleben, diese Vision und plötzlich war er da. Ich glaube, aber es ist spannend, wie wenig Menschen oder wie wenig man sich Zeit nimmt, sich erlaubt, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Ich glaube, das ist der erste große Key in den einzelnen Lebensbereichen und damit wird schon viel ausgelöst, überhaupt sich das zu erlauben. Ich gehe ja über die Identitätslevel mittlerweile. Ich sage, wer muss ich werden, das? Weil zum Beispiel, ich könnte ja jetzt sagen, Tony Robbins kommt nächstes Jahr nach Deutschland oder kommt dieses Jahr nach Deutschland. Wir sind jetzt schon mit 2024 und wer muss ich werden, dass ich zum Beispiel eingeladen werde, von Tony, zu ihm zu kommen, um mit ihm ein Interview zu haben. Er ist jetzt in Deutschland, er möchte so gern mit mir dieses Interview führen. Wer muss ich sein? Ja. Dass nicht ich mich ranschustern muss an ihn, sondern dass tatsächlich die andere Seite kommt. Das ist halt, Andreas, es wäre uns eine Ehre, wenn du. Das wäre doch die Identitätslevel, oder? Dass man eher dahin geht, wer muss ich sein, damit dieses oder jenes passiert. Absolut. Ja. Absolut. So, was ich dann mache, das ist natürlich jetzt ein etwas intensiverer Prozess. Ich nehme da wirklich Zeit für, mir ständig diese Fragen zu stellen, das Lebensrat zu machen, mir zu schauen, sehr ehrlich zu betrachten, in welchen Lebensbereichen läuft es gerade gut, in welchen nicht, welche möchte ich gerade priorisieren, im Sinne von, in welchen Lebensbereichen möchte ich mehr Energie reingeben, möchte ich Dinge verändern, bin ich bereit zu investieren, also mit Zeit, Energie, manchmal natürlich auch Geld. Und ich mache dann Seminare, ich nehme mir Coachings zu den Themen, und ich fange dann an, wirklich mir Visionen, ich sage jetzt mal, zu erarbeiten, also erarbeiten im Sinne von, immer konkreter zu machen. Und immer eine Mischung aus, es beschreibbar zu machen, aber vor allen Dingen, und jetzt kommt das Entscheidende, es fühlen zu können. Wie fühlt es sich an, Oprah Winfrey zu interviewen? Kannst du dich sozusagen in diese Situation reinversetzen? Du sitzt da, sie sitzt dir gegenüber, wo ist das? Wann ist das? Wie fühlt sich das an? Wie schaut sie? Wie riecht sie? Keine Ahnung. Wie sieht das Licht aus? Aber vor allen Dingen, wie fühlst du dich dabei? Und sich wirklich in diese Situation reinzuversetzen, nicht nur mit dem Verstand, sondern vor allen Dingen, mit deinem Gefühl, es zu sein, da sind wir wieder bei Identitätslevel. Wie fühlt sich der Andreas an, der Oprah Winfrey, und da sind wir genau bei dieser Identität, welche Identität hast du? Wer bist du? Wie fühlt sich der Andreas an? Und das mache ich letztendlich in Meditation, das mache ich fast jeden Morgen. Deine Morgenmeditation, genau, da gibt es ein ganzes Kapitel dafür. Ja, das mache ich genau in diesen Morgenmeditationen, wo ich einfach spüre, wie fühlt der Alexander sich an, in der Vision fitter zu werden? Machst du das mit irgendeiner Musik oder hast du da irgendwelche Texte? Das mache ich mit einer Morgenmeditation von Joe Dispenza, wir haben auch eine Morgenmeditation mit Christina und Walter bei Greater. Es gibt so ein kleines Zusatzpaket bei dem Buch dabei, wo genau sowas mit dabei ist, wo man so ein kleines Kit hat an Möglichkeiten, um sich dann auch intensiver in der Praxis auseinanderzusetzen, wo ich das Lebensrat sozusagen auch mache, wo das Thema Visionen erarbeiten mit Christina und Walter beispielsweise intensiv beleuchtet wird. Und am Ende des Tages geht es darum, eine Routine zu haben, wirklich diese Vision zu fühlen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu diesem Suggestier. Also Suggestion bin ich persönlich nicht so der Experte, deswegen kann ich das schwer jetzt vielleicht vergleichen. Mich geht es im Kern, wie ich da drum, das nicht nur im Verstand sozusagen zu verstehen, sondern wirklich zu fühlen und zu sein. Und damit passiert nämlich etwas Spannendes. In dem Moment, wo du es fühlst, wo du es bist, entsteht es. Jetzt ist es dann das, was Werraf Birkin mit als Magie bezeichnet hat. Absolut. Und es wird sozusagen manchmal früher, manchmal später sich in der Realität, in der Außenwelt sozusagen zeigen. Weil du die neue Identität hast, weil du Stück für Stück diese Identität wirst und plötzlich dein Handeln darauf ausgerichtet ist, deine Energie darauf ausgerichtet ist, du andere Entscheidungen fällst, du, wie Vera es in dem Video gerade so schön gesagt hast, plötzlich andere Dinge wahrnimmst, die du sonst gar nicht wahrgenommen hättest. Plötzlich eine Chance siehst, die du sonst gar nicht gesehen hättest und ergreifst. Ja, da reden wir von Fokus. Ich glaube aber auch, dass da auf einer Ebene etwas passiert, was wir als Menschen, glaube ich, ganz schwer realisieren oder auch erklären oder auch verstehen können, dass es, glaube ich, einfach eine Energieebene auf dieser Welt gibt, die wir nicht so einfach rational verstehen können. Ich glaube, dass wir miteinander in irgendeiner Form verbunden sind, wir Menschen, und wir eine andere Ebene haben, wo wir Dinge spüren, wo wir Dinge wahrnehmen, wo wir Dinge auch beeinflussen können, was auf einer unterbewussten Ebene wirkt. Und wenn ich sozusagen... Das war der nächste Satz von dir. ...würdigkeiten, dann hat das, glaube ich, eine Auswirkung auf meine Mitmenschen beispielsweise oder auf andere Menschen, die vielleicht meine Vision betrifft. Und ich glaube auch, dass da unterbewusst sozusagen Dinge passieren, Dinge zusammenkommen plötzlich in einer Intensität, wenn ich diese Energie da reingebe. Die hat nicht passiert, wenn ich mich unbewusst durch die Welt gehe und halt meine Energie nicht in solche Visionen, Wünsche reingebe, die ich für mein Leben habe. Ja, ja, du beschreibst ja auch in deinem Buch manche spirituelle Reisen und manche Substanzen reisen mit Ayahuasca, wo du dann den rationalen Verstand abschalten kannst irgendwo und da an ganz tiefe Dinge, sage ich jetzt mal, in deinem Unbewussten rankommst, an Erfahrungen rankommst, die du schon lange meinst, vergessen zu haben. So beschreibst du die Erfahrungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da so manche Dinge auch sich zeigen, die man vielleicht so bewusst nicht hinbekäme. Stefan ist da ja auch Experte drin. Du hast an einem Punkt, möchte ich heute noch gerne aufgreifen, in deinem Buch auch beschrieben, männliche und weibliche Energie. Und ich sage, viele von uns wachsen ja heute, also ich bin ja auch ein junger Mann gewesen, in meiner Kindheit war ich dann auch aufgewachsen mit Mutter, mit Tante, mit Kindergärtnerinnen, mit Lehrerinnen, mit also nur Frauen um mich herum. Und die männliche Seite war wahrscheinlich etwas unterrepräsentiert. Bin ich dadurch wahrscheinlich ein sehr guter vielleicht Kommunikator worden, bin sehr gut in psychologischen Dingen, habe mich da in die weiblichen Skills alle eingearbeitet. Aber die männlichen sind vielleicht zuteil irgendwo hängen geblieben. Und manche Frauen kenne ich, die unglaublich viel Stärke zeigen, die unglaublich viel voranpreschen, die sehr männlich unterwegs sind. Also ich kenne das Modell auch von Tony, wo er immer männlich-weiblich auszugleichen anstrebt. Ist das auch das, was du verfolgst? Oder wie würdest du jemandem, der sich irgendwie nicht ganz fühlt, der fühlt, da ist irgendwas nicht so ganz ausgeglichen, raten, wie er da rangehen kann? Ja. Also ich liebe dieses Modell der männlichen und weiblichen Energie. Und ich glaube, man muss direkt einmal als Disclaimer sagen, es geht hier nicht um Mann oder Frau, sondern es geht um eine männliche Energie, um eine weibliche Energie. Und tendenziell kann man natürlich sagen, dass eine Frau mehr weibliche Energie in sich hat, ein Mann mehr männliche Energie. Aber jetzt kommt es, wir beide Energien in uns haben. Und es gibt das Ding und Yang, männlich-weiblich, da gibt es wahrscheinlich noch andere sozusagen Metaphern oder Vergleiche. Letztendlich geht es darum, dass diese Energien gewisse Qualitäten haben, die diese männliche und diese weibliche Energie auszeichnen. Und die männliche Energie, und nochmal, das ist jetzt nicht pauschal männlich-weiblich, weil man ganz häufig schon in dieser Ecke sitzt, sozusagen so Macho-Klischee und altes Weltbild etc. Darum geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das kann man aber natürlich, da kann man sich schriftlich drüber streiten, über dieses Thema. Es geht aber in der männlichen Energie sozusagen, gibt es ein paar Prinzipien wie, da geht es um Umsetzen, Außenwelt. Da geht es um sozusagen eine gewisse Umsetzungskraft, eine gewisse Klarheit sozusagen, im Außen Dinge zu erschaffen. Hat was mit Macht zu tun etc. Und da gibt es eine weibliche Energie, das sind noch andere Qualitäten, wie man sie beschreiben kann. Da gibt es eine weibliche Energie, da geht es eher um das Geschehen lassen sozusagen, um das Auffangen, um das Zuhören, um das, man könnte auch sagen, genießen, passieren lassen. Also eher eine passivere sozusagen Energie. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es als Mensch immer wichtig, beide Energien, wir haben sie sowieso in uns, aber beide Energien sozusagen zu leben. Wenn du nur im Machen bist, wenn du nur im Tun bist, nur im Außen bist, dann lebst du sehr einseitig, der Mensch muss auch sozusagen Pause machen, nach innen gehen, weibliche Energie geschehen lassen, genießen und so weiter. Am Ende des Tages ist es die Mischung aus beidem, die wichtig ist. Nur in der sozusagen weiblichen Energie zu sein, nur geschehen lassen, nur nach innen gehen etc. wird funktioniert in der Welt sozusagen auch nicht. Und wir haben, glaube ich, tendenziell haben wir in der Welt, gerade natürlich in der westlichen Welt, haben wir, leben wir diese männliche Energie zu stark. Wir sind sehr stark im Außen, wir sind sehr stark im Machen, im Tun. Das hängt natürlich zusammen durch unser, sage ich mal, Informationszeitalter, die Energie, also das Leben wird immer schneller, immer intensiver. Wir sind immer mehr im Außen. Wir haben letztendlich, über die Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich, haben wir den Kontakt zu uns, dieses Pausen machen, dieses nach innen gehen. Wenn man sich mal überlegt, wie der Alltag von Menschen vor 100 Jahren aussah, der ist halt eigentlich gerade anders zu der Intensität, die wir heute sozusagen im Alltag haben. Und Naturverbundenheit ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema, die wir natürlich heute in der zivilisierten Welt häufig verloren haben. Und das sozusagen wieder in ein stärkeres Gleichgewicht zu bekommen, sich bewusst Zeiten zu nehmen, von Entspannung, Auszeit, nach innen gehen, das, glaube ich, fehlt vielen Menschen. Es gibt aber natürlich auch das, was du beschreibst, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du das Gefühl hast, mir fehlt vielleicht sozusagen etwas von der männlichen Energie, dieses Umsetzen, dieses klare Visionen haben, diese Visionen dann aber sozusagen auch zu leben. Und generell beide Energien, beide Prinzipien, wir werden natürlich geprägt durch unsere Kindheit, durch unsere Jugend. Welche Vorbilder hatten wir? Hatte ich eine Mutter beispielsweise, die auch total stark in der männlichen Energie gelebt hat, die nur am Machen, am Tun war sozusagen? Hatte ich einen Vater, der extrem, und das sind halt beides so diese Tendenzen, die wir in der westlichen Welt haben, dass wir generell sehr stark im Männlichen sind, auch dass der Vater auch eher nicht zu Hause anwesend ist, sozusagen, also gedanklich, geistig abwesend, also da kann ich von meinem Vater sprechen und teilweise auch von mir sprechen. Ich bin jemand, der sehr stark im Außen ist, sehr stark im Machen ist, der nicht so gut abschalten kann, der auch zu Hause, dann abends am Tisch mit seinen Kindern, teilweise gefühlt immer noch Checklisten durchgeht, etc. Du sagst ja auch in diesem Persönlichkeitstest von DISC, da kommt bei dir irgendwie Dominant und Initiativ vor, also das ist dann sehr nach vorne preschen, sehr so powerful, und das wäre dann nicht unbedingt der entspannte, zurückgelehnte. Genau, und wir haben natürlich prägende Vorbilder, und wenn du natürlich ein sehr weibliches Umfeld hattest, vielleicht kein männliches Vorbild hattest, keine männliche Figur in deiner Kindheit, Jugend, dann kann das natürlich Auswirkungen haben auf deine Prägung, auf dein Verständnis oder vielleicht auch verstehendes Verständnis, was bedeutet denn sozusagen die männliche Energie, ja, was sozusagen, was braucht es in mir, um beispielsweise ein starker Umsetzer zu sein, wenn das etwas ist, was dir im Alltag fehlt. Ja, ich hatte in meiner Jugend dann schon Tony Robbins entdeckt, also insofern, das war dann einer meiner ersten, ich glaube tatsächlich, irgendwann mit 15, 16 habe ich meine seine ersten damals Kassetten gekauft, das waren tatsächlich Power Talks, das war Kassetten. Der ist natürlich der Inbegriff von männlicher Energie, männlichen Prinzipien und Byron Katie als Beispiel, vielleicht auch Eckart Tolle ist, um jetzt auch mal einen Mann zu nennen, ich muss mich in diesen Klischee sozusagen festhängen, ist natürlich der Inbegriff für weibliche Energie. Ja, wie bist du, hast du Tony auch schon so früh entdeckt? Also ich habe wirklich gesagt, ich habe noch tatsächlich diese Kassettensammlung von Power Talks, wo es damals noch lange vor das Podcast geben hat, hat der Typ das auf MCs rausgeben. Nein, tatsächlich nicht, aber ich muss dazu sagen, ich mache es ja über 20 Jahre an Persönlichkeitsentwicklung und ich habe tatsächlich sehr schnell Dinge kennengelernt, die eher diesem weiblichen Prinzip entsprechen. Also nicht unbedingt machen, tun, in die Umsetzung kommen, in diese Energie kommen, also eher so mal diese Tony-Prinzipien, sondern tatsächlich eher diese Innschau, das macht Tony natürlich auch, aber er macht es auf eine andere Art und Weise. Ich habe eher so, Seminare besucht, Techniken kennengelernt, die eher, ich würde mal eher sagen, in weiblichen Prinzipien... Mach Name-Jobbing, sag Menschen oder Methoden, die man kennen könnten. Das waren teilweise gar keine Leute, die man groß kennt, das war mein persönlicher Coach, der, wie ich finde, eher im weiblichen Prinzip stark ist, Hans, der mich da am Anfang sehr stark geprägt hat. Ich habe dann, wenn ich einen Rüdiger Dahlke habe ich gemacht, als Beispiel. Das waren eher Sachen, die spirituelle Sachen, Robert Betz als Beispiel. Riecht der sich jetzt Betz oder Beetz aus? Weil manche sagen Beetz zu dem. Robert Betz. Er wird auch Betz sagen, aber viele sagen Beetz. Robert Betz. Robert Betz. Jetzt habe ich den Taten verloren. Und deswegen habe ich tatsächlich, aber ich bin auch der, der generell immer sehr stark in dieser männlichen Energie war. Deswegen glaube ich, ist es generell auch mein persönliches Lebensthema, immer eher sozusagen meine weibliche Energie zu schärfen. Und dann wird automatisch, das ist dann ja sozusagen das Schöne der Geschichte, dann wird die männliche Energie stärker. Also es hört sich jetzt vielleicht im ersten Mal widersprüchlich an. Wenn ich meine Weiblichkeit mehr lebe, also ich Alexander meine ich jetzt, dann bin ich männlicher. Das mag jetzt ein totaler Widerspruch sein im ersten Moment. Aber wenn man das... Wie machst du das? Wie machst du das? Also wie schaffst du dir Situationen, wo du dich zurücklehnst, wo du genießt, wo du machst du, lasst du dir dann massieren und machst Wellness? Oder wie stelle ich mir das vor? Das kann auch das sein, ob ich mir meine Massage gönne oder einen Tag in die Sauna gehe. Ja, mir hilft das, weil mein Alltag schon sehr intensiv ist, sehr getaktet ist, sehr viel von Machen und Tun geprägt ist. Wenn ich dann mal, wie ich den ganzen Tag sage, ich gehe ganz bewusst in eine schöne Sauna und... So, das reicht natürlich nicht. Das reicht nicht, weil natürlich bis mein Kopf dann mal beruhigt ist, bis diese Entspannung, wie ich mal einsetze, ist der Tag dann rum und dann geht es nächsten Morgen wieder sozusagen in meinen normalen Alltag. Das heißt, ich darf mir schon ganz bewusst, also erst mal meine morgendliche Routine, wenn ich es schaffe, sozusagen Sport zu machen, aber dann auch wirklich zu meditieren. Ich mache häufig Breathwork. Das sind so Dinge, die mir helfen. Aber Breathwork, also gerade so Wim Hof, das ist schon wieder sehr male. Also das ist schon sehr nach vorne. Das ist schon wieder dieses männliche Ding, ja? Ja, aber nein. Mir hilft das sehr, ins Fühlen zu kommen. Ja, ja. Ich kann besser meditieren. Ich kann dann besser ein eigenes Gespür zu mir selbst bekommen, was wieder eher sozusagen dem weiblichen Prinzip entspricht. Aber das stimmt, die Technik an sich ist natürlich eine sehr männliche, aber es geht trotzdem sozusagen in die eigene Energie zu kommen. Ja, ist vielleicht beides drin. Aber ich nehme mir einmal im Jahr mindestens eine Woche Auszeit, wo ich irgendein Seminar besuche, wo ich mich ganz intensiv mit mir beschäftige. Wenn ich herausfordernde Situationen habe, nehme ich mir Zeit dafür, setze mich hin. Das Gespräch mit dem guten Freund, auch das kann weibliches Prinzip sein. Ja, wirklich offene, tiefgreifende Gespräche mit guten Freunden. Ja, und ich meine jetzt nicht beim Bierchen, was macht der Fußballverein gerade, sondern ich meine wirklich tiefgreifende Gefühle, Gespräche über Gefühle, über persönliche Empfindungen, über Situationen, die man hat, die man sozusagen mit einem guten Freund bespricht. Das ist schon tendenziell, geht auch in so eine Richtung. Also dieses Nach-Innen-Schauen. Ich glaube, das ist vielleicht die passende Beschreibung. Dich zu fragen, was ist denn, wie sieht es gerade in meinem Lebensrat aus? Wo möchte ich Veränderung haben? Was möchte ich eigentlich in diesem einzelnen Lebensbereich für ein Leben führen? Das sind für mich alles tendenziell Dinge, die nach innen gehen, die im weiblichen Prinzip, die ernährend sind, die mir immer wieder helfen, mich auszurichten, die innere Balance zu finden, wieder meine Kraft zu kommen, herauszufinden, was will ich denn wirklich? Und das mache ich schon sehr bewusst seit vielen Jahren. Was wäre das, und jetzt gehen wir in den letzten Part unseres Gesprächs heute, was wäre das, was du dir wünschen würdest, was du schon viel früher, also wenn du, diese berühmte Frage, was hättest du gerne deinem 14-jährigen Ich oder so, oder 18-jährigen Ich mitgegeben? Weil du weißt, ich komme ja mit Lernen der Zukunft, ich bin ja ursprünglich auch Wirtschaftspädagoge, also Pädagoge irgendwo, danach richte ich mir natürlich auch dahingehend aus. Die Frage ist schon, wenn wir jetzt an die Schule denken, an das Bildungssystem denken, ja, ihr mit Creator setzt natürlich da einen gewissen Gegenpunkt, aber ich sage jetzt, die meisten Konsumenten eurer Videos, die sind jetzt zumindest einmal schon aus der Schule heraus oder eher schon im Studium oder später. Ja, die Frage wäre, Ja, also du versuchst, das liegt natürlich der festen Überzeugung, dass das Wissen, von dem ich gerade spreche, über Persönlichkeitsentwicklung, wie funktioniert unser Leben, wie kann ich mit Emotionen umgehen, wie sind Visionen, wie kann ich bewusst mein Leben gestalten? Das ist eigentlich eine NLP-Ausbildung, oder? Ja, ich würde nicht immer... Dann müsste man sie zum NLP-Practitioner schicken, ist das jetzt die... Ich sage es ja absichtlich so, ja. Ja. Jedenfalls, dieses Wissen darf man natürlich, darf viel mehr in den Mainstream kommen, darf viel mehr sozusagen, Systeme Achtsamkeit, Bewusstsein, darf natürlich viel früher auch gelehrt werden. Ich hatte jetzt das Glück, deswegen du hast die Frage gestellt, was willst du deinem jüngeren Ich? Ich hatte das große Glück, dass ich mit 15 Jahren das kennengelernt habe, über ein Seminar, was ich besucht habe, mehrere Tage, weil mein Vater in einer Lebenskrise war, über Seminare, über Coaching, da rausgekommen ist und mich das einfach inspiriert hat und ich wissen wollte, was macht der da, was passiert da? Bin eigentlich sehr untypisch dazugekommen, einfach auf einer Neugierde heraus und nicht irgendwie, weil ich eine persönliche Krise hatte oder und bin dann auch ziemlich von 0 auf 100, also nicht irgendwie, ich lese mir mal ein Buch durch, mal einen Podcast, sondern neun Tage Seminar, ohne Vorwissen. Okay, was war das? Silvermind, oder glaube ich, war das, oder? Oder was war das? Silvermind, oder was war das? Ne, ne, das war bei Hans, das war ein Coach bei uns, ein lokaler, der einfach mit uns Glaubenssatzarbeit gemacht hat, wie in Gefühle reinzukommen, seine Wahrnehmung zu schärfen, Meditation war da involviert und deswegen hatte ich dieses Glück und ich würde mir einfach, mein Junge ich, immer nur wieder empfehlen, das vielleicht noch intensiver zu machen, mich noch mehr dem, oder mich, wie sagt man quasi, die Vergangenheitsform, Vergangenheitspolliung tief, ich hätte das noch mehr, noch intensiver machen können, auch schon in frühen Jahren, obwohl ich es schon regelmäßig gemacht habe, aber ich glaube, sich diesem Thema, kann man sich nicht auch jetzt wieder, ich sollte noch mehr meditieren, mich noch mehr, diesen weiblichen Prinzip, das ist sozusagen meine Lebensaufgabe, wenn man mich fragt, mich in noch mehr in meine Mitte zu kommen, noch mehr in die eigene Erfüllung zu kommen, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass es Sinn macht, sich über die Vergangenheit zu sehr aufzuregen oder zu hadern, weil man hätte doch, deswegen würde ich gleichzeitig meinem 15-Jährigen ist sagen, hast du gut gemacht. Ja, und die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste bisher gestellt habe und auch dir, wenn du, also ich spreche immer von der Schule des Lebens und ich habe ja damals große Krise gehabt, also bei mir war meine ganze Familie irgendwann tot, die war da gestanden und haben gedacht, wie soll jetzt Leben noch jemals ein gelingendes Leben werden, das geht einfach nicht, wie soll es jetzt trotzdem noch schön werden, und da hätte ich mir damals so eine Institution gewünscht, so eine Schule, so ein Institut, eine Akademie, wo man hingehen kann, um das zu lernen, wie geht es denn mit dem gelingenden, mit dem glücklichen Leben und das hat es damals nicht gegeben und deswegen habe ich Lernen der Zukunft damals gegründet, Weriff Birkmiel hat mir die Idee dazu geliefert und jetzt gibt es das, und jetzt sitzen wir da wir zwei und du bist jetzt Teil dieses Lernen der Zukunft, das ist die Frage, welches Fach, welche Lehre, welche Ausbildung möchtest du dort anbieten, an meiner Schule Lernen der Zukunft für das schöne Leben, für das gelingende Leben, was gibt es da von Alexander Müller für einen Kurs? Ja, ich glaube, so eine Kompetenz, die ich glaube ich aufgebaut habe über Jahre, ist, wie erlaubt man es sich, sozusagen die großen Fragen des Lebens zu stellen, wie wir das eingangs auch besprochen haben, und ein Unterrichtsfach zum Thema Großdenken, und es geht nicht darum, groß nur in großen Zahlen, sondern sich zu erlauben, also Menschen beizubringen, sich zu erlauben, in sich ein wirkliches Leben in Fülle, in hohen Qualitäten, vielleicht das Wort Qualität mag ich da sehr, sich zu erlauben. Da würde ich gerne ein Unterrichtsfach anbieten. Lieber Alexander Müller, du hast uns ein wunderschönes Buch an die Hand gegeben, It's All In You heißt es, oder It's In You? It's In You. It's In You. Vision, Erfolg, erfülltes Leben. Mit einem wirklich süßen Cover, das wird ja sehr weiblich, weiblich auch sagen süß, wo du mit zuigen Augen drauf bist, was jetzt nicht typisch ist. Mit einer weiblichen Aufstrahlung sozusagen. Ja, ja, ja. Also es geht so voll um dieses Zulassen, voll um dieses Zulassen. Ich glaube, das wäre das Richtige. Weil wenn man die Augen zumacht, dann ist man ja auch schutzlos irgendwo. Und der Krieger ist dann sozusagen mal kurz Gassi. Die letzten Worte dir, mein Lieber. Gib noch gerne mit, was du noch gesagt haben möchtest, was Menschen noch hören sollen. Erstmal sage ich herzlichen Dank für die Einladung und auch für dein Wirken, für deine Arbeit. Weil das braucht genau diese Menschen, die diese Inhalte zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Erfüllung, zum Thema Fülle raus in die Welt bringen. Dass es immer mehr selbstverständlich ist, sich mit sich auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, wir haben all das in uns, was wir brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen. Danke dir. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit, ein PS gibt es immer hinterher, mir Rückmeldung zu geben und mir noch was mitzugeben. Mach weiter so. Das steckte da gerade schon drin. Danke dir.